Ja, und das sind wir auch schon in der nächsten Folge, nicht? Ja, bin jung. Ja, können wir so machen, nee. Äh, ja. Ich nehme diesmal As of, weil ich habe noch so eine Mission, die ich machen muss. Und ich werde unbedingt 5400 Coins für Amber zusammenbekommen. Und ja, er nimmt Artemis. Weil geil. Das war so ein schönes Pern hier mit dem Gesicht. Gay fuck, Alter. Bist du homophob? Nein, bin ich nicht. Gay to be gay, so let's shine with the... Ja. Nein, ich bin nicht amofür. Warum in jedem fucking Match ein As of drin ist? Ja, na gut, stimmt die Mission. Sagt der und hat As of ausgewählt. Oh, der Cross, we take left. Ja, das wird er. Nein, nämlich, weil ich kein As of. Oh. Hä, was macht der Cross? Hä? Hast du es gesehen? Nein. Der Cross hat sich gerade selber in den Tod gestürzt. Geil. Also freiwillig. Kann ich nur... Kann ich nur... Kann ich nur dafür warten. Oh, oh. Ah. Hell no. Irgendwie. Wow. Ja, thanks. Wenn ich auch mal ne fache. Oh, Jesus. Der hat mich gut erwischt. Ja, dankeschön für's mitnehmen. Wie die halt bei mir merken, dass ich keine Axt spiele. Hä, wie hat der mich jetzt noch getroffen, Alter? Ja, dankeschön. LOL. Hab ich dir gerade den Arsch gerettet. Was? Das kann der auch? Oh Gott, das wird interessant. Let it be, let it be, let it be, let it be. Ich hab grad Gladys einfach nur verstanden. So, was? Salat. Let's it, sauce, let's it, sauce. Salat zu sein. Mal pissen Sie es. Oh, Jesus. Okay. Wir, rein vom Leben her, sollten wir das packen. Ja, rein davon her. Es ist einfach nur gezingen, singen, singen. Ja, ich wollt grad sagen, was macht denn der, Alter? Alter, kannst du den nicht mal crappen, bitte? Alter. Ne, mein Trak, der war nicht, nicht dich. Ich wäre niemals böse zu dir. Das weißt du doch. LOL. Okay. Ich kann grad nix anderes machen, als diese Countern. Mach mal ein bisschen. Ach, seriously. Du bist seriously raus. Ich hab keine Ahnung, wie das passiert ist. Trust me. Nein, 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 wech aus. Nimm doch, nimm doch die andere Waffe. Nein. Und. Was? Mein. Hä? Pfff. Der hat grad bei mir nach links gelenkt, obwohl ich nichts gemacht hab. Geil. Schön. Naja, nochmal, also. Das war ziemlich, das war ziemlich umgegangen. Ja. Also doch vier Menschen. Ein Wuschong und dann würde ich auch voll ein neues Wuschel. Geil im Alter. Unbedingt. Das wird krebs. Das wird fucking krebs. Das kann ich jetzt schon sagen. Äh, das geht ja schon los. Äh, der Wuschong macht was? Keine Ahnung. Sein Leben gelten. Das hat schon die letzte Kompon von dem schon wieder vollkommen vergessen. Ach ja, stimmt. Das war mal wohl. Alte Sabot war nervt mich sowas von jetzt schon. Ah, fuck. Ich dachte, das reicht noch aus. Das war richtig Trash. Von mir grad. Das war so hammerhafer Trash einfach nur. Das war so hammerhafer Trash. Ach. Ciao. Pfff. Ciao. Pfff. Geil. Wie geil, das ist einfach. Nicht! Nicht auf mich! Bitte nicht auf mich! Alter! Seriously! Okay, das verlieren wir. Alter! Dieser Boot war jetzt gefährlich, der muss weg als erstes. Alter, dieser Boot war. Nein! Ich gebe mich nicht geschlagen! Oh oh! Oh oh! Ja! Okay, das war's! Ey, dieser Boot war so behindert, Alter! Kriegen keinen GG, ist mir egal! Ach, Alter! Die kriegen keinen GG! Ja! Definitiv nicht! Minus 7! Hey, so scheiße sind wir gar nicht mehr! Ich hab ne neue Farbe und ich krieg meine Kohle! Geil! 2866! Das dauert noch ein bisschen! Ja! Könnte man sagen! Nehme ich weiter Asaph oder nehm ich Citra? Boah! Nehme ich nicht! Je nachdem du so viel besser kannst! Das ist halt ziemlich nice mit nem Bogen! Aber Axt finde ich halt richtig scheiße! Ich glaub ich nehm sich wohl! Wenn du mit dir oben gehen kannst! Die einige machen! Ich musste auch mehr mit der Ding geben, Alter! Mit der Sense! Eigentlich kann ich relativ gut mit der Sense, aber... Nur halt mit Giro! Der muss ich auch noch kaufen! Der kostet glaube ich jetzt auch 5400! Ah, toll! Ich muss mir unbedingt einmal holen! Ich glaub das war so die Legend in die ich mich verliebt habe! Leider Wuschang, Alter! Ja, danke! Was zum Fick tut der Wuschang da gerade, Alter! Keine Ahnung! Ich kann es dir nicht sagen! Ich hab's gut wegkattet! Ich hab's gut wegkattet! Ja, ich bin auch her! Ja, dankeschön! Vielen lieben Dank! Und tschüss! Hä? Manchmal frage ich mich wirklich, ob das Retards sind! Einen geschenkten Sieg will ich jetzt aber nicht als Folgenende haben, du! Nein, wir machen doch noch! What the fuck! Gerade in dem Moment, wo ich die Waffe krieg, die ich haben will! Boah, was für ne Scheiße! Alter! Das war easy! Easy noch! Ja! Loll, an und sonst hier! Jesus! Worte hell! Da wird schon das Spiel aber kein schöner Entschwanz! Ja, komm ich mach mit dem Zitrar weiter! Hält der nicht! War das Schwert von der Südgeist? Ich hab ein Defense-Dance bekommen, das ist ziemlich geil! Aber das Geist ist halt, dass du mit Sitra der Luft auf einer Linie lang staschen kannst! Das ist mega geil einfach! Weil da grad noch so jemanden wegnocken kannst! Ich glaub aber ich nehm Orion dann wieder! Ja! Weil Orion, bei Orion hat der nicht diesen komischen erstmal nach hinten Step-Move und dann erst nach vorne dashen! Achso! Das ist mega komisch Alter! Ja! Das ist halt mehr zum Counten! Solche Moves feier ich allgemein! Turk Soldier has reconnected! Geil! Find ich gut! Find ich mega! Ich bin noch nie. Hier will nazi beinahe! Geld als neuer ist! Taguta hat der ja eine lots! Ich bin noch Vorsicht! Ich bin noch klein. Auch was? Ich bin so? Ich bin noch ein paar Clip! Ich bin noch mal auf! Das war schon mal auf! Diese Nummer. Ich bin noch mal auf! Ist mir noch mal auf! Die hat das Schwert, du weißt, was das bedeutet. Naah. Ah, die hat das zu akkuratet, aber. Nein, was? Was zum Fick hast du dir gerade dabei gedacht eigentlich? Ich habe, glaube ich, so gerade noch gesaved. Ja. Wow. Genau, dann lenk halt nach rechts statt nach links, so wie ich es eigentlich wollte spielen. Danke. Wozu Fick bin ich? Wie er das feiert, weißt du? Ich das Wintergrund gerade gehört habe, Alter. Ja, ach. Das könnten wir halt legit noch verlieren. Ja, ich bin tot. Hm. Geil. Was machst du? Ich habe gerade auf die andere Seedrake geguckt. Ich dachte gerade, ich werde die blaue Seedra, Alter. Scheiße. Komm, eine Runde noch mal so schön machen. Ja, kein. Ja, kein, ich bin es nicht mehr wein, würde. Ich habe wieder eine realistische Chance. Ich habe jetzt mal bei euch. Komm halt bitte. Ich glaube. Also zumindest mit 1er Runde. Ah, wohl. No fucking. No fucking coming. Kirste die. den kaspian seine seine dort muss kann sogar gefickt so wie möchte ich das ja auch damit könntest du mal deine scheiße machen ich habe legit noch gar nichts getroffen nein ich meine allgemein ja weißt du denn der fucking kaspian lebt immer noch ja toll was okay das halte ich für bullshit ich stehe ich noch aber hauptsache hauptsache der faustangriff von der kasse die hat priorität weiß über eine waffe was seriously nein auch diese fotos alter ich hasse items in diesem spiel wie kann der boss da noch ja genau als ich am rand stehen bleiben wollte weiß werde ich getroffen dann habe ich das ist doch der kaspian untergefallen wäre das geiler gewesen es war eine sehr effektive runde wollen wir die folge überhaupt wollen wir die folge überhaupt gelesen jetzt läuft manchmal gut im leben und manchmal nicht so mehrheit und manche schnauze habe ich bezieht auch sogar ein level up machen wir noch eins ich habe schon eigentlich noch ein alter hat man doch gar nicht doch kajaknischen stürmen kajaknischen ich möchte nicht wischen oh gott wenn ich das schon sehen die an körper das war ziemlich gut gefickt ich esse meine dann ja Tschau. Ach, Mann. Geh mal aus dem Weg. Ah. Ja, da kann der mal. Über die Wecke-Kombo da, Alter. Ich hasse diese Kombo von hier. Und ich spring noch nicht vor die Tod. Und ich krieg die Scheiß halt noch mal. Der hat mir jetzt die Waffe weggenommen. Könntest du das gewesen sein, Töpke? Ich weiß es nicht. Da lag noch ein und dort bei mir noch eine in der Hand. Ja, komm. Ciao. Oh, das muss jetzt. Und, nice. Ah, kann man wenigstens mit einem Sieg bangen. Immerhin. Ich dachte schon, es hat sich beim Aufgang. Komm, die kriegen GG. Die haben nicht schlecht gespielt. So, aber solche Matches machen am meisten Spaß, wenn es ein bisschen knapp ist. Was habe ich für einen Scheiß-Stands bekommen? Dexterity. Okay, dann sind Angriffe und Dexterity sogar auf einem. Ich glaube, das wird sogar Sinn machen. Naja, gut. Aber ich würde sagen, damit war es auch dieses Mal. Wir haben uns ziemlich aus dem Maul bekommen, haben aber auch ziemlich umgehauen. Ja. Was meinst du, Tögi? War eher kontraproduktiv. Also, ich bin nicht zufrieden mit der Folge, aber... Ansonsten, wenn es mir gefallen hat, dann auf jeden Fall liken, teilen, abonnieren, subscriben, bei Twitch-Followen, Discord überall drin. Nice. Bis zum nächsten Mal und... Ja, möchtest du noch was sagen? Nö. Bis zum nächsten Video. Okay, ciao.